Was geht ab, meine lieben Freunde? Eugen hier und herzlich willkommen zum nächsten Life is Strange Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Wir sind hier im Zimmer von Chloe und das letzte Mal hat es ja so geendet, dass der Vater reingekommen ist und wir hatten dann die Möglichkeit, entweder hier im Schrank zu bleiben oder rauszukommen und ihr zu helfen. Und wir haben beim ersten Mal auf jeden Fall uns da drin versteckt gehabt und beim zweiten Mal sind wir rausgekommen. Und Chloe ist jetzt auf jeden Fall netter zu uns, aber dafür hat der Vater einen schlechten Eindruck mehr von uns. Wir lassen uns einfach überraschen, wie es weitergeht. Es ging ja jetzt da weiter, dass wir das Zimmer verlassen und das machen wir jetzt auch und lassen uns überraschen, wie es hier weitergeht, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das Spiel soll mega krass werden, deshalb bleibt hier am Ball. Ich finde es schade, dass das so wenig Aufmerksamkeit von euch bekommt, dieses Spiel. Und ja, wir machen jetzt einfach gechillt weiter hier und ich lasse mich da mal überraschen. So, easy, easy, easy. Jetzt klettern die alle aus dem Fensterrausch. Aus dem Fenster. So. Ach du Scheiße, das ist doch der Leuchtturm. Die hat doch, äh, wo das Spiel angefangen hat, da waren wir doch hier, da war so ein Riesensturm gewesen, Leute. Erinnert ihr euch noch? Da war so ein Riesensturm gewesen und dann ist hier irgendwie alles kaputt gegangen, Alter. Ei, ei, ei. Was das zu bedeuten hat, ob sie da schon in die Zukunft gesehen hat, das weiß niemand. Aber da lassen wir uns überraschen. Es ist auf jeden Fall ein schöner Sonnenuntergang gerade. Und da haben wir Bambi! Bambi! Was geht ab, Bambi? Sie erinnern sich an die Zeit, krank. Die erste Folge, so hat das Spiel angefangen, ey. Lighthouse. Das ist krank, man. Wisst ihr, da war so ein Riesensturm hier. Es sieht aber schon krass aus hier mit der Küste und so. Warren hat geschrieben, der eine, der eine Faust auf die Fresse bekommen hat bei der letzten Folge. Haha, guck mal da mit seinem blauen Auge. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, okay? KP, du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Gleich keck. Großes Geheimnis erzählen, okay. Ach ja, wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir ihm das erzählen. Und das werden wir auch, denke ich, machen, Leute. Wir müssen erst mal schauen, wie es hier weitergeht. Hier ist der Pfad. Wir sind so glücklich. Sie können immer weg. Ja, Mann. Boah, das ist mal eine geile Aussicht, Alter. Richtig schön, muss man wirklich sagen. Guck mal die Karte an. Wie süß. Also im Herzen sind das, glaube ich, immer noch sehr, sehr gute Freunde. Sie müssen erst mal wieder, sag ich mal, zueinander finden. Das ist das Problem. Es ist so, wie die Jugend von Arcadia Bay kommen, hier zu partieren. Trust no one. Wie lange hat das hier gewesen? Trust no one. Vertraue niemandem. An dem Spruch ist was dran, Leute. Und das meinten auch viele, dass man wirklich bei diesem Spiel so viele Sachen, Merkmale für sein Leben mitnimmt. Das ist schon krass. Ich bin echt gespannt. So Sprüche, trust no one. Da ist schon was dran auch, Leute. Auf jeden Fall. Reden wir mit dir. Du bist gut gelernt. Mit Vergnügen. Er hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. Er hat Kate blöd angemacht. Das werde ich sagen. Das war ja auf dem Schulhof, wo wir dann erst mal ein Foto gemacht haben von ihr. Und dann haben wir uns doch eingemischt. Er hat einen richtig schlechten Eindruck von uns, glaube ich. Er hat einen richtig schlechten Eindruck von uns, glaube ich. Ich weiß sie. Sie ist cool. Nur dieser Prick würde sie beobachten. Er hat eine Art weine Agenda. Er hat viele secretische Fälle. Rambo denkt immer, er hat eine Weile. Hast du einen Blick? Akten? Ich habe nicht reingeguckt. Ich habe nicht reingeguckt. Da ist ja der Kaffee draufgefallen. Äh, Files? Ich weiß das, Schau. Du hast peaked. Also? Dich das Dirt. Snuff-Videos? Creepy Fotos von Kate Marsh. Andere Black-Bloch-Studien. Das haben wir gesehen. Der Mann nimmt seinen Job zu sehr ernst. Er denkt immer, er ist in der Krieg. Er ist ein totaler Verwaltungsfetisch. Oder es gibt Spie-Cams in der Haus. Ich wusste, du nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Verwaltungsverwaltigend. Was sagst du? Was ist Nathans Geheimnis? Selbst deins? Wir fragen mal, selbst deins. Selbst deins? Nicht mehr. Also, was hast du an Nathan? Er ist ein eliteter Arscher, der schnauere Scheiße mit Laxative verkauft. Und er hat mich mit einigen Drücken in seinem Rücken. Was? Oh Gott. Und Nathan, wie viel? Wie viel? Wie viel? 3,000 plus Interest. Und bevor ich ein Stück von Nathan bekomme, er hat mich mit etwas Schmerzen. Gott, Chloe. Ich kann nicht glauben. Ich meine, ich glaube. Dann was? Das ist so krank. Das ist so krank. Er ist immer noch gefährlich. Polizei, weiß ich nicht. Polizei wird, glaube ich, nicht viel bringen, weil der hat eh so viel Geld. Die können ihn rauskaufen. Kaution, wir haben keine Beweise. Auf jeden Fall nicht die Polizei. Schicksal. Schicksal. Klingt in Gefahr. Wenn sie wirklich beste Freunde sind, dann sind sie es jetzt auch noch, ey. Die hat zwar viel Scheiße durchgemacht und wir sind vernünftig geblieben. Wenn das ist Destiny, hoffe ich, wir können Rachel finden. Ich missere sie, Max. Die eine, die verschwunden ist, Leute, ne? Die arme, Alter. Die werden sie schon finden, Alter. Das wird, glaube ich, so ein Abenteuer werden, das wir sie suchen. Das ist so ein Abenteuer, das wir sie suchen. Das ist so ein Abenteuer, das wir sie suchen. Das ist so ein Abenteuer, das wir sie suchen. Ich würde gerne eine Bombe auf die Arcadia Bay und es um ein Glas. Was ist los? Ach, du Scheiße. Hä? Es sind Vorahnungen, du bist bei Final Destination hier, ey. Du Scheiße. Ey, Leute, guckt euch das mal an, hier. Einfach so ein Riesensturm am Start. Die sieht auf jeden Fall in die Zukunft, 100%. Oh mein Gott! Alter. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Mit dem scheiß verdammten Stein, ey. Oha. Alter. Was zur Hölle geht denn hier ab? Kann man nicht ducken? Du ducken geht nicht. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Na, ich muss das zurückspulen und dann schnell durchziehen, bevor der Baum runterfällt, glaube ich. Komm, komm. So. Junge, 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 ey. Das ist ja wirklich hier. Krass, wir sitzen eigentlich da oben, ne? Oh mein Gott! Was geht denn mit dem Wasser ab? Alter. Oh, 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 oh. Hallo, hallo. Alter. Oh, die Scheiße weg hier. Ich muss schnell hier vorbei. Go, 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 go. Alter, wie ich mich gerade... Das Reh, das führt uns irgendwie irgendwo hin. Digga, guck dir diesen Sturm an. Was ist das? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Digga, ich kriege gerade Gänsehaut, ne? Alter. Ne, ne, wir müssen schnell zurückspulen. Der Baum ist ja schon leer. Was macht der Baum hier? Der Baum geht nicht weg, politisch. Schnell, 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 schnell. Ich habe gerade eine Zeitung. Was ist da jetzt ein Hinweis? Stell auf, weil ich steht drauf, wo diese Chloe ist. Ich bin durch, der die... Oktober 11. Ist das Freitag? Das ist nur vier Tage weg. Die sieht quasi in die Zukunft voraus, oder was? Oh mein Gott. Der Tornado ist direkt nach der Stadt. Oh mein Gott, das ist real. Es ist real. Oh mein Gott, das ist real. Max, was ist passiert? 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 Ich habe nicht. Ich habe eine andere Vision. Die Stadt wird ausfügt durch ein Tornado. Ich bin nur noch 5.20 nus. 20 Jahre alt. Ihr habt nur noch zwei. Nein, nein. Ich sah es. Ich konnte wirklich fühlen die elektrische in der Luft. Kommt, füchern, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Aber es ist etwas anderes, ich muss dir sagen. Es ist etwas... ...artcore. Talk mit mir, Max. Ich hatte die gleiche Vision früher in der Schule. Wenn ich rauskomme, ich herauskomme ich kann, wie gesagt, wie gesagt, nicht verrückt. Aber hoch, oder? Ja. Hör mich an. Wie denkst du, dass ich dich in der Ruhe schraubt habe? Durch die Zeit? Ja, sicher. Ich habe dich getötet, Chloe. Ich habe dich tatsächlich... ...mäh. Ich habe dich tatsächlich... ...mäh. Ich konnte zurück, und auf die Alarm aufstehen. Okay, ich sehe, du bist ein Geek, mit einer großartigen Imagination. Aber das ist kein Anime oder Videogame. Die Leute haben keine diese Macht, Max. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe sie. Und ich bin schade, schade. Du musst hoch. Es war ein verdammten Tag. Nein, nein, niemals rauchen. Niemals. Was ist das denn? Snowflakes? Es sind ca. 80 Grad. Wie? Klimawandel. Und der Strom kommt. Max, starte aus dem Beginn. Sag mir alles. Wir müssen das lösen, ey. Junge, Junge. Das wird krank werden, ey. Das Spiel hat ja verschiedene Episoden. Das ist jetzt gerade Episode 1, die wir hier spielen, Leute. Es gibt, glaube ich, 5 Episoden von Staffel 1. Und Staffel 2 kommt bald raus, Leute. Bald. Deshalb ist das top, dass wir das jetzt angefangen haben. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist dieser Warren, der uns der eine auf die Fresse bekommen hat. Von diesem einen Typen da. Diesen Nathan, der da auf der Toilette die Chloe erschießen wollte. Und das ist die Kate, die gestalkt wird von diesem einen Typen da, der auch voll viele Fotos hat von dem Stiefvater von Chloe. Das ist ein schöner Hund. Oh, der hat eine Bom da hinten am Start, oder was? Ich dachte, das war eine Shisha, Alter. Das ist eine Bom. Und die Frage ist, wo ist Rachel? Das vermisste Mädchen. Das ist dieser, wie heißt die? Hat den Namen von ihr schon vergessen? Das ist der Schuldirektor. Also langsam habe ich schon alles so vom Spiel im Blut, Leute. Alles habe ich im Blut. Aber es macht auf jeden Fall auch Bock. Ich will wissen, wie es weitergeht. Es ist zwar nicht so viel Action, keine Frage, aber in dem Spiel steckt eine Menge Story, das muss man schon sagen. Und deshalb, lasst mich überraschen, was uns hier erwarten wird. Das ist dieser Nathan, glaube ich. Dieser Bastard. Der die eine erschießen wollte, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Wir machen weiter. Ich werde versuchen, jede Folge, wie gesagt, maximal eine halbe Stunde zu halten. Und jetzt sind wir hier. Rachel. Okay, das sind ihre Akten. Das war ihre Akte von dem vermissten Mädchen. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, Leute. Episode 1, ja. Wir haben Episode 1 abgeschlossen, Alter. So, jetzt gibt es hier wieder ein paar Sachen. Krass. Ähm, ah, jetzt kann man... Das ist auch cool bei der Walking Dead. Die Entscheidungen. Du hast Nathan gemeldet. 66% haben das getan. Du hast Victoria verspottet. Du hast Victoria getröstet. 66%. Du hast eingegriffen und Kate geholfen. 82%. Oha. Du hast die Schuld auf dich genommen. Du hast Chloe die Schuld gegeben. Du bist im Versteck geblieben. Du bist herausgekommen, um einzugreifen. Krass, Alter. Das ist heftig, ey. Wir haben also eigentlich das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Und hier können wir noch mehr sehen. Frau T. gezeichnet. Du hast Petition unterschrieben. 36% haben das nur gemacht. Oha. Du hast Alisa geholfen. Und, und, und. Also so viel Sachen. Ergebnis von Freunden habe ich Freunde, Alter. Freunden habe ich doch nicht, Alter. Oha, doch. Oder Freunden, der ist zockt. Hab ich nicht gedacht. So, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Kapitel Nummer 2, Leute. Es geht weiter, Leute. Hä? Was war das zur Hölle? Episode 2 Out of Time? Setze deine Geschichte mit Episode 2 Out of Time fort. Jetzt erhältlich. Alter, was ist denn da passiert? Das ist ja krank, Alter. Wir machen auf jeden Fall weiter. Sofort, Leute. Fortfahren. Los geht's, ey. In the previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, Psycho! No! Previously on The Walking Dead. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren. This is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey! Leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait. Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max? Tell me everything. So, hier hat's aufgehört, Leute. Wie bei Walking Dead. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen, Alternataten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähleweise. Ja, und das ist gerade das Geile dann im Spiel. Das feiere ich ja in diesem Spiel. Dass man selbst quasi die Handlung auf seiner Hand hat. In seiner Hand. Wirklich. Wirklich in seiner Hand. Dösen. Was ist das, der Wecker oder was? Das ist jetzt auf jeden Fall Episode 2. Immer noch Staffel 1, Leute. Ich bin gespannt, was jetzt passiert wird. Weil gerade die... Was da gezeigt wurde, Alter, mit dem Zug und so. Alter, was denn da passiert, ey? Das ist ähnlich wie bei The Walking Dead, so mit Episoden, ne? Da kamen bestimmt damals auch immer alle zwei Monate eine neue Episode raus. Wir haben jetzt die komplette erste Staffel hier am Start, Leute. Und werden das auf jeden Fall auch durchziehen, Alter. Ich bin gespannt, was das hier noch alles auf sich hat hier. Was hier alles noch passieren wird und sowas. Und ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Zeitraum das jetzt hier gerade spielt. Aber ich denke mal kurz danach, nachdem wir sie getroffen haben. Wir sind jetzt gerade hier irgendwo am Pennen. Ist das immer noch unser Zimmer in diesem Wohnheim da, oder? Wo sind wir? Out of Time. Episode 2. Das ist Max. Da liegt sie. Schläft ohne Decke, Alter. Könnte ich gar nicht. Ich brauche immer ne Decke. Irgendwas brauche ich zwischen den Beinen. Aufstehen, Max. Oh hell no. Voller süße T-Shirt mit diesen kleinen Küken da. So. Niemand aus dem Rewind wird mich zu schlauern. Ich brauche immer einen Schauern. Dann kommt mir vor, ob die größer geworden ist, oder? Kommt mir das so vor. Ja, hier haben wir uns ja schon alles angeguckt, Leute. Hier waren wir letztes Mal auch, und das ist unser Zimmer, genau. So, Kulturbeutel, den nehmen wir mal mit. Und wenn wir einen Kulturbeutel mit, den nehmen wir mit. Okay, Max. Lass uns jetzt die Schauern anziehen. Mehr brauchen wir nicht. Die haben, glaube ich, krass. Das ist Victoria. So, ich gehe jetzt mal schön duschen. Ich frage, so waren die WCs, Alter. Ich weiß es, ich glaube, vorne links müssten die gewesen sein. Krass, einfach so ein Wohnheim hier, wo alle am Wohnen sind, alle miteinander chillen, ey. Was ist jetzt passiert? Ey, die Arme, Alter. Die wurden gemobbt. Hier, Toilettenpapier wurde auf die geworfen. Sollen wir die mal warnen? Warnen die mal. Wer hat das denn geworfen? Ey, hör mal. Woher kam das? Guck mal, bitte. Wo kam das her? Wie sollen wir das verhindern? Das würde ich mal gerne wissen, ob das geht. Warnen, genau das. Alyssa, kannst du da standen? Ähm, okay, Max. Wenn das dich glücklich macht. Wow, jetzt war das knapp. Danke, Max. Eine gute Tag am Tag muss immer sein. Es ist schon eine gute Tag. Warum wird das jetzt Konsequenzen haben? Das wird, glaube ich, so in der Hinsicht Konsequenzen haben, dass sie uns später irgendwann helfen wird. Es hat alles so viel miteinander hier zu tun, Leute. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Huh. Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way. Warren said you borrowed his epic film Flashdrive. I didn't know you were sci-fi geek like us. What's your favorite? Star Wars. Zurück in die Zukunft. Ja, die anderen kenne ich nicht. Einfach zurück in die Zukunft. I love Back to the Future, of course. But who doesn't? Can you imagine going back in time to Blackwell in the 1980s? We'd suffocate from all the hairspray. You and Warren do know your sci-fi. Be careful. You might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. So. Jetzt geht's weiter. Duschen müssten hier sein, oder? Showers, genau. Ah, das ist doch die eine, die... die gestalkt wird, ne? Die Arme, Alter. Dann reden wir mal. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max. Do you still have my copy of the October country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize, Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Easy. Also, sie scheint korrekt zu sein, aber wird von so vielen Affen einfach gemobbt, ey. Jetzt ab unter die Dusche, ey. Krass, man. Das ist ja so ein richtiges Wohnheim hier, wie eine Jugendherberge irgendwie, ne? Das ist schon krass. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nichts zensieren oder so, ey. Na, die zeigen zum Glück hier... keine intimen Sachen. Dass sie sich alles wieder zensieren müssen hier, ey. Das ist doch das Schlimmste hier, ey. Was passiert denn jetzt? Die Kamera geht so komisch auf. Oha. Was ist denn, Kate? Schule. Das ist es. Das Video, das du clubbingst, sah nicht wie Hausarbeit. Victoria, das war nicht ich. Oh mein Gott, genau. Sei nicht schade. Ich denke, es ist toll, dass du ein Sprachsignal auf dem Video set hast. Hahaha. Wir werden uns entschuldigen, someday. Oh, Boohoo. Ich bin sorry, du bist ein viraler Typ. Ich bin sicher, sie hat Spaß. Looks wie es. Ich weiß, Nathan hat er auf. Und du weißt, er hat die gute Sachen. Preach es, sister. Ja, ich habe noch gar nicht paint all over meine Gesichter. Good thing meine faithful Minions took their sweet time bringing me a towel. Wir ran all the way... Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Wisst ihr nicht, dass da jemand am Duschen ist? Das hört man doch. Ne? Oder? She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky, crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video, so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Biatch. Ach du Scheiße. Ich will jetzt so ein Video von ihr online stellen, obwohl sie das gar nicht ist. Bestimmt ein Mädchen, was ihr ähnlich ist, ne? Ah, der hat den Link da hingeschrieben. Da werde ich mal schön wegmachen, aber sofort, ey. So. Mach das sofort weg, ey. Sofort. Das ist mal schön weggemacht. Entfernen. Ja. Warum wir das jetzt Konsequenzen haben, das würde ich gerne wissen. Nochmal Hände waschen kurz. Ich werde doch grad duschen. Ach so. Aber da ist noch jemand am duschen. Na, na, gucken wir mal rein hier. Wer ist denn da am duschen? Spaß. Ne, hier brauchen wir nichts mehr. Wir müssen jetzt der Kate was zurückbringen. Erstmal. Guck mal, hier steht schon... Guck mal, was hier wieder steht. Trust no one. Das steht auch hier. Krass, Alter. Rachel is the whore. Guck mal, wisst ihr, was ich grad für eine Vermutung habe? Es ist gerade nur so eine kleine Vermutung von mir. Das ist trust no one. Das haben wir dort gesehen in der Nähe von der Wohnung, wo die Chloe wohnt. Und das stand da auch. Also denke ich mal vielleicht, dass sie es war, weil sie auch auf diese Schule geht. Und das ist wahrscheinlich auch ihre Schrift. Rachel is the whore. Also Rachel is a... Ist eine Schlampe, so nach dem Motto. Und ich glaube, irgendwas ist passiert. Sie hat irgendwas mit ihr angestellt. Die Chloe hat irgendwas mit dieser Rachel angestellt, dass die verschwunden ist. Irgendwas hat die damit zu tun. Zu 100%. Das ist meine Vermutung, Leute. Mal gucken, ob sie stimmt oder nicht. Was geht denn hier ab? Broke, was geht dir an Broke? Hast du den Schnee gesehen? Hast du den Schnee gesehen? Hast du den Schnee gesehen, ja man. Hast du den Schnee gesehen? Hast du den Schnee gesehen gesehen, ja man. Hast du den Schnee gesehen gesehen? Ich war mit dem neigen Schneeflügel gestern. Ich kann nicht wissen, ob du dich ernsthaft bist oder nicht. Um, seit ich bin ein Wissenschaftlerer, habe ich mich gefragt, ob du es könnte erklären. Ich bin ernsthaft. Auch Meteorologen können diesen Schnee nicht erklären. Ich glaube, Warren kann. Hast du ihn noch mit ihm gesprochen? Später. Später. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt? Wir müssen jetzt der Kate was in ihr Zimmer bringen. Deshalb gehen wir auch mal schnell zu unserem Zimmer zurück. So, hier ist unser Zimmer, aber hier, ne genau. So, was war das denn nochmal? Ich habe das jetzt wieder vergessen. Das war irgendwas, da liegt das doch. Dieses Foto, genau. Oha. Ey, wer hat das denn aufgeschrieben? Nobody messes with me, bitch. Ja, die waren noch erstmal korrekt zu uns, ne. Das war die eine, die wir gemobbt haben. Diese Veronica, die war oder wie die hieß. Die wir auch gerade auf der Toilette gesehen haben. Ja, okay, dann war das doch. Okay, dann war das doch dieser eine Typ da. Was ist das? Alter. Einfach ihr Kopf auf ein Tablett mit einem Lamm. Der Nathan ist echt verrückt. Da muss man echt aufpassen, Leute. Alter, ich spüre es euch. Da müsste das Buch sein, oder was sagt ihr? Ne. Wo ist denn das Buch hier eventuell? Wo ist denn jetzt das Buch? Hier vielleicht? Da. Da ist es doch. Ah. Natürlich hat sie gerade Soda auf Kates Buch. Ich hätte es besser fixiert. Kate braucht das Buch und ich will nicht auf unsere Liste Probleme. So. Bewegt das Glas jetzt nicht. Hin vor Ort. Ne, auf der Limonat. Aha, ihr sneaky Buch. Du bist mir. So. Die Frage ist, wo ist jetzt ihr Zimmer, ey? Ich muss mich aufzunehmen, bevor ich da gehe. Okay, was zieht man schönes an? Komm, zieh mal hier. Vielleicht werde ich nur eine Schnauze und Jeans. Hey, Einstein hatte das gleiche Exakt-Suit für jeden Tag der Woche. Und er konnte nicht sogar Rewind-Time. Krank. Einstein trägt damals wirklich jeden Tag dieselben Klamotten. Das ist doch schon heftig. Nachricht, unbekannte Nummer? Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Das ist bestimmt dieser Nathan, ey. 100 Prozent. Oh, schade. Jetzt bekomme ich anonymische Gefahr. Es wird nie endet. Das muss von Nathan sein. Aber es könnte jemanden sein. Es könnte echt jeder sein. Ja, ich bin hier. Komm her, Max. Was ist los mit dir? Ähm, hey, Kate. Ich bringe dein Buch. Max, warum hast du inzwischen zwischen David und mir gestern? Ich hasse keine Wahl. Ich hasse diesen Idioten. Ich hasse ihn wirklich. Das ist ein Spasti. Was ist das mit dem Video? Warum? Was ist mit dem Video? Das würde ich mal gerne wissen, was mit diesem Video ist. Was ist mit diesem Video? Und ich schweige, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht even sehen, Max. Soll ich es mir mal ansehen? Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club Party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir, das ist gerade noch. Warum bist du hingegangen? Genau. So, warum würdest du gehen? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine and then I drank water. Bist du sicher? Oh, eine Flasche. Okay. Did somebody drug you? I remember. I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... 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 That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So... Who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate. That's a bit too bad. We'll figure it out. I'll check back later, okay? Die Arme, Alter. Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Die Arme, Alter. Die ist eigentlich gar nicht so. Die ist voll das liebe Mädchen bestimmt. Und dann... Durch diese Sache, ey. Ah. Mann, Mann, Mann. Jetzt hat alle von dir einen falschen Eindruck, wenn das Video überall geht. Max. Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Nein. Nach Beweisen suchen. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove. Not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Yeah, yeah. Na klar. Guck mal, sie hat gesoffen und was weiß ich was. Und dann soll der... Ach, da wird dir niemand glauben. Sie hat keine Zeugen. Er hat dieser Nathan Prescott Zeugen. Oder lässt sich irgendwelche Zeugen da kaufen. Das wird nichts bringen, sag ich auf jeden Fall. Ja, Freunde. Damit war's das hier von dieser Folge. Wir machen das nächste Mal weiter hier mit der nächsten Folge. War auf jeden Fall cool. Jetzt sind wieder 35 Minuten ungefähr umgegangen. Das ist einfach zu krank, wie schnell die Zeit bei diesem Spiel vergeht. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Auf jeden Fall danke nochmal, die alle gestern am Livestream dabei gewesen sind. Das war zu krank. Lasst einen Daumen nach oben da. Übermorgen kommt die nächste Folge. Morgen geht's weiter mit einem anderen Video von mir. Ich bin auf jeden Fall raus, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.